Hast du ihn mal kennengelernt und hat einen kurzen Arm gehabt? Ja, ein bisschen kurzer und locken. Locken? Ja. Wo sind sie denn geblieben? Ja, der hat sich nicht mehr zum Friseur geblieben. Er hat sich aber ausgeworfen. Macht der denn noch regelmäßig Sport? Weil er spielt ja wirklich guten Fußball. War in der A-Jugend beim Westen FC Köln, damals Trainer Christoph Lau. Also der kann's... Was macht er jetzt? Nur auf der Yacht liegen oder? Bei seiner Hängematte. Robert, nicht nur in der Hängematte. Bewegung! Sie ist in der Hängematte. So, jetzt kommt es wieder zur Hängematte. Für die Party-Team von Janker und Jürgen. Für die Party-Team. Für die Party-Team. Für die Party-Team. Die Brasida wird hier noch über die Mande getragen. Das sind die Highlights. Völlig nass. Ich spiele schon das erste Mal, dass du niemals vom Ball getreten hast. Das allererste Mal, dass ich mit anderen Bällen spiele. Aber du bist angezogen. Ich bin froh, du bist angezogen. Alles gut. Genau. Ich habe einmal einen Ballkontakt gehabt. Ich bin sehr stolz darauf. Ich habe ein bisschen gut geleckt. Wunderbar. Wie gefällt es dir? Habt ihr eine Chance? Natürlich haben wir eine Chance. Ich habe eine Chance für uns. Ernest. Ich bin aufgehoben. Ganz klar. Schießt du noch ein Tor? Ja, ob ich ein Tor schießt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der Elby wird ein Tor schießen. Okay. Elby wird ein Tor schießen. Das ist ein Tor schießen. Die sind schon mal ein Tor. Ich habe ein Tor schießen. Ich habe jetzt einen Tor schießen. Ich habe ein Tor schießen. Ich habe ein Tor schießen. Warum sind wir jetzt draußen? Wie hat das jetzt eine tantische Meisterung? Oder warum stehst du jetzt draußen? Latte hochkrieg in dem Zusammenhang ist überhaupt ein bisschen merkwürdig. Ich bin eher der Mann für die letzten Minuten. Okay, dann sag mal was zu deiner Form. Du bist wie immer Topf austrimiert, wenn ich das richtig sehe, ja? Ja. Wie hast du dich auf dieses Hochleistungsturnier körperlich vorbereitet? Ich war eben noch beim Patriot und hab auch nicht gut gegessen. Das sollte reichen. Alles kann sein. Was gab es da so lange? Er lag so viel Fleisch. Okay, also... Ich habe jetzt einen Anschluss gemacht. Ich habe leider tatsächlich eine Valencia und hört sich nach außen hin. Ja, das ist aber so. Aber ich weiß nicht, dass ich den Dappenflaster hier auf den Ecken... Zeig mal, das stimmt tatsächlich. Könntest du nicht mal ein Vogel... Was ist denn Dappenflaster? Oh, 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 oh. Okay, die Schlimme, okay. Aber der Valencia und der Dappenflaster hat nicht genug. Sehr schön, wunderbar. Also es geht dir gut. Ja, super. Ich wollte jetzt das Team haben und ja, muss ich auch mal machen. Alles ist so. Das Team haben wir jetzt zu den Wetzeln bei Stalin wie Tudeln. Es ist... ... Alter. Und dann wieder früher und heute noch die Kugelblitz. Ganz sicher fängt den Beitrag. Langwein dürft ihr dann über die Beträge, wird nicht berührt. Wir haben abgefügt, unser Bernd Heidemann streng an den Regeln. Robert, sind Sie zu welcher Mann in der Reihe genau? Haben Sie die Gerichte? Haben Sie die Gerichte? Haben Sie die Gerichte? Haben Sie die Gerichte? Die Gerichte sind gelten. Das ist ein Stücker, das ist auch schon. Das ist ein Stücker. Und ich bin Ihnen mitgelaufen. Robert, wie gefällt es Ihnen hier? Jetzt auch in Aktion gewesen und so weiter machen. Sie trüben. Es war ein Punkt. Oder Sie haben noch. Okay, wunderbar. Robert, drücken Sie die Daumen, dass gleich noch ein Tor kommt. Hier der Robert-Geist, bitte Nummer 6. Aber ich hatte mein ganzes Gefühl, das Tor vom Olegati-Team, das ganz andere, wenn uns hier auf meiner Liste steht, das kann nicht mehr die Chaos sein, oder? Ja! Gaufei. Gaufei. Unsere Lundfiel-Single ist auch ganz außer Atem. Jonas, wie hieß das in der Vorbereitung als Beachvolle im Wondergötter Fußballaufzug? Änton, die Lektionmäßig in den Lauchverleger. Ich hatte eher seltener, schlussendem auch Fußball vor den Inseiten übersteht. Ach. Wie gefällt dir Gubbersbach? Sehr gut. Ich bin auf dem Handy hingekommen und ich musste gegen das erste Mal hier, wo ich in Köln wohne. Aber das ist perfekt, sah echt italisch aus, schön, ich hoffe, ich kann es mal haben. Viel Spaß hier, danke schön, danke, dass du da bist. Jonas Reckemann! 2 zu 2! 2. 1. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 1. 1. 2. 3. 4. 1. 1. 3. 1. 2. 1. 2. Oh, der Knappe, der muss rein. R1, 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 R1. Dort steht 2-2. Das ist ein Englisch-Mix, aber Miki ist ein Sendergenerator. Das ist ein Englisch-Mix. 100-2. Auf jeden Fall. Power-Truck hat schon Power-Truck 2-3. Peter, haben wir schon die Tolle. Wir haben immer noch die Chance. Jürgen, sensationell, toll. Also dafür, dass du nicht kürzt, weil du trotzdem bekommst. Erstmal herzlichen Dank. Ich habe einmal den Ball berührt, ich bin der Größte. Wo ist der hingegangen, der Ball? Irgendwohin, ich habe ihn nicht mehr gesehen, wieder kurz. Ich hatte auch schon gesagt, er hat ihn so schön geschaufelt, das war toll. Karsten Richter entschieden wir hier, eben ein Wunderstandstor. Zum 3 zu 12 für das Spanien, die Team. Es erinnerte mich so ein bisschen an, wir haben 1954 die Lücke gehabt, du hast abgezogen und dann ging er entlang. Was ist das für ein Gefühl? Sensation. Es ist doch was anderes als Heidelberg, oder? Ja, auf jeden Fall, obwohl wir zum Aufwärmen noch ein bisschen kriegen. Und jetzt haben wir eine Abwärmung. Das wäre ich noch nicht schön, dass man vorsieht. Ein Wunderstandstor, Karsten Richter. Er schießt, er wird nicht verarbeitet. Ich kann nochmal sagen, Peter Stöger, mit dem sollten wir nochmal Gespräche führen. Peter Stöger, mit dem Torwart, mit der Nummer 1, das wäre noch was auch für den Trif zu ziehen. Herr Jonas Rittermann, da ist es wohl gespielt, er macht das eigentlich alleine, versucht es noch einmal. Peter, du hast gerade Vicky Krause gesehen, den Tor des Oli-Karten-Teams, hier hält er selber zu. Robert Stöger, мерzbefähig, geht es bei 13.8 und 2.3 und 3r. Grid, der ist die 14.4 und 3.0 und 4.0 hätte bei' die Absschaft. Ja, so werden wir uns nur mit Eventh-Gym August überlegen. Wie gcon ist der Sala uns in das Spiel? Gibt es Talente, die man eben noch weiter beobachten sollte? Ich habe hier unglaubliche Talente. Ich bin in Köln und es geht sich so aus den Zuschauerspaß an. Perfekte Helden. Danke ja, Perfekte Helden. Viel Spaß heute und für uns alle eine tolle gute Frunde. Peter Schüger. Ich habe gesagt, er wird hier sehr, sehr gut da drin. Jetzt zeige ich Ihnen, was ein Füksballent-Vermindung braucht. Frau Joachim Branden gibt es eine Erfahrung, die diese Ruhe ausstrahlt. Wenn er nicht wäre, ich glaube, das wäre ein richtiger Hygien. Was kommt denn jetzt in Tull? Jetzt hat er die Michaela ganz schön angemacht mit dem Schuss, der Markus, mein Liebermann. Michaela erinnert mich noch so ein bisschen an den Fohlen. Die Tänze nur so gepürzt herum. Jetzt macht er rein. Jetzt geht der Leute auf der rechten Seite. Robert, kann ich nicht halten? Nur noch mit einem Foul? Aber da kommt Paul. Paul, Paul, Paul! Nein, Paul! Weiter abgeführt. Fast ein Tor von Isabel. Isabel, fast, gib Gas. Gleich hin. Das war Micky Krauser, die Geier. Ich habe genau gesehen. Micky Krauser ist der Betrugel. Nein, genau. Ich habe meine Namen zum Montagieren. Ich habe viermal. Danke. Oh, der Gott. Das ist sowas von Rumpro-Messon. Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Aber wenn er reingeht, jetzt aber zwei Gegner ein. Das ist unser Zöger-Kommer-Geschoss. Ja, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Ich hab's schon. Ja, ich hab's schon. Nächstes. Gabel, der Herr Robert, der Buster hat erst das Eck in die Schießen. Nicht da ist, aber die Seite. Ich zeige ihm das bitte, wenn er noch nach Hause kommt. Das geht an der Schiff. Ein Tor. Und die Führung für sein Team. Komm her, komm her! Vorsicht mit solchen Manövern, ihr könnt ins Auge gehen auf 5,5 Minuten. Alice noch drin. Ich habe mir gerade diese Ausgleichsbeweisung. Sie haben hier die Ausgleichsbeweisung. Sie haben hier die Ausgleichsbeweisung. Sie haben mit ihrer Höchstwahl, wenn Robert einen Elfenmeter verschießt. Das war ja ein Elfenmeter, war ich 9 Meter. Oh ja, stimmt, ich habe den Himmel zu. Ich habe die Ausgleichsbeweisung. Aber Robert hat sich 9 Meter ablassen. Was ist denn los? Robert, wie konntest du das 9 Meter verschießen? Der Jürgen Drehs hatte den Tor geschossen. Herzliche Glückwunsch. Wir verdrafen ihr nicht. Robert, du wirst hier gerade von deiner Frau hier angezählt. Was ist denn los? Robert, was ist denn passiert bei 9 Meter? Robert, nein. Schulze groß. Wir haben den Schnellsenkel falsch gewonnen. Ohne kleine richtige Kondition. Ach, war zu nass. Carmen, gibts schon nichts noch zufrieden? Nein, nein. Tor machen wir mal. Wir hoffen es. Robert, mach doch ein Tor. Oh, ja, ja, in den letzten drei Minuten. Das ist jetzt ein bisschen blöd, weil der Robert gar nicht spielt. Robert, du musst jetzt wieder rauchen und Tor schießen für die Kinder, hat die Carmen gesagt. Oh, das tut mir. Das Merkling habe ich. Hat der Ranz wohl genannt, ey. Was ist los? Oh, das tut mir. Das Merkling habe ich. Hat der Ranz wohl genannt, ey. Was ist los? Aber du bist ein Mann von der Tat, ein Mann des Wortes. Du hast dein Tor angekündigt und auch gehalten. Könntest du das nochmal entscheiden? Wie war das? Gibt gesündere Gefühle als ein Tor zu schießen. Ja, aber das möchte ich hier nicht weiter erklären. Da kommst du vielleicht auch noch in der Seite. Ich hoffe es. 5-4. Ist das schon gegessen? Engels Höschen? Nee, natürlich. Wir kommen doch mal. Jetzt zum Beispiel. So, jetzt kommt da möglichst ein Schreckermann. Wo ist der denn? Es geht schon mal überspielen. Kommt, er geht mit. Schießt! Halt! Schuss! Zwei Minuten zu spielen. 6-4 für die Mannschaft. Jetzt ist es Spahn in die Tief. Ah, na, 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 na. Und, hier. Und, wenn er tut. Er muss nicht alles gehen. Jetzt noch 4 zu 6. Jetzt 6 zu 6. Schon ist der Ausgangsdruck. Die Tief. Die Tief. Die Tief. Die Tief. Die Tief. Oh, der Robert wüstet. Kann man mal hier die Fetze rufen? Die Tief. Die Tief. Die Tief. Die Tief. Die Tief. So, alle Damen und Herren. Es braucht die letzte Spielminute. 6 zu 6. Der Spielstart. Geht hier noch was? So ist es, liebe Zuschauer. Und jetzt möchte ich noch eine Laola hören. Jetzt hier aus. Guck mal. Pack an. Ich möchte eure Hände sehen. Hier packt man die Laola an. Und los. Also, grüße ich hier an Deutschland. Grazübertrag. Römer Sport 1. Und jetzt aber auch ein bisschen aufstehen. Aufstehen. Jawoll. Und hier geht die Laola los. Die letzten Sekunden. Und alle mitmachen. Sehr schön. Weiter geht. Die Laola hier aus Kummersbach. Die letzte Sekunde. 6 zu 6. Noch 20 Sekunden. Und wie fit ihr seid. Sehr gut. Tief. Euch geht weiter. Sehr schön. Tom-Mack-Fans hier. Auf die nächste. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Aus. 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 6. 2. 6. 1.